Die Stimmung stellen weh hier. Ich kann doch zu. Jawoll, eine Verweigerung haben die beiden in der Zeit von 35, 96. So, dann sehen wir die Ulri. Ein Fehler, habe ich das nicht gesagt? Ich bitte um Entschuldigung, es steht hier. Danke, ich wollte nur mal gucken, dass du noch wach bist. Ulrike Beermann am Start mit Krümel, Start Nummer 96. Und danach sehen wir dann doch noch die Kirsten mit Jego. Wie lange dauert sie jetzt? Zehn Sekunden. Na, na, na. Na ja, nur von dir ist halt. Hast du ja nicht, meint ich trainiert? Achso, okay. Ach, stimmt. Kannst du ja sagen. Jawoll. Schade. Das ist schade. Von 42, 92 sind die beiden im Ziel. So, und nun noch die vierten. Passt was? Das ist schade.